I see stars, stars, stars in your eyes, I go far, far, far away now, and you take me to places for all... Hallo liebe Plüschis und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren Pferdekauf von Star Stable Online. Dazu muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, denn ihr denkt euch wahrscheinlich so, ja, aber wir haben doch gar nicht abgestimmt für ein Pferd und hast du nicht gesehen. Ja, hat den Hintergrund, dass ich herausgefunden habe, dass ich zu viele Star Coins habe, ich sie alle ausgeben möchte und dass ich nur noch ein doppeltes Star Coins Wochenende brauche, um alle Pferde zu kriegen. Ja, hat jetzt auch jeden interessiert, genau. Ja, so und wir fangen jetzt an, die restlichen Pferde noch zu kaufen und wir fangen mit den restlichen Andalusiern an. Und der erste Andalusier, den wir jetzt holen werden, ist mir vollkommen egal, sagt mir eine Farbe, ich will eine Farbe hören. Welche waren das nochmal? Welche hatte ich noch nicht? Oh, ich bin so intelligent. Ich mach mal kurz, äh... I'm back, bitches. Ah, ja gut, wir haben schon angefangen, ne? Ja, schön. Ich hab doch gesagt, dass ich kurz weg bin. Jetzt hab ich dich mitgekriegt. Ja, mal überlegen. Dich hab ich, den rauchigen hab ich, der da hinten steht, den aus der App hab ich und den Apfelschimmel hab ich, ich glaub, ich glaub, den weißen hab ich noch nicht, den hab ich nur bei den Lositanen. Ich will auch so ne Brille für mein Pferd haben. Ne Brille? Ja, hier auf diesem Pappaufsteller, da, das Pferd hat ne Brille an. Das nennt man Maske. Ja. Brille, Maske, wie auch immer. Dann schreib mal in den Gruppenchat, äh, welche Farbe, ich glaube, ich, ich hab die gerade gesagt, die ich, die ich noch nicht habe. Also das da... Warte mal, geht's um die, die wir hier? Ja. Also... Das hier. Das Weiße. Das ist schön. Das daneben oder was da hinten am, über, an Kopf, an Kopfende steht mit dem Trakena. Fuchs. Da schreibt einer Fuchs, du sagst weiß. Also so oder so, sie kommen alle heute in den Stall. Weil, sie werden halt nur, in welcher Reihenfolge sie gekauft werden. Das Weiße, weil es ganz vorne steht und so ganz kleine Punkte am Hintern haben. Es hat Punkte? Ja, es hat hier zwei Punkte am Hintern. Wiesst du das? Ja, ganz am Ende. Es hat Punkte am Hintern. Es hat Punkte am Hintern. Also, ähm, das sind Hashtags. Ja, Kai, das sind Hashtags, genau. Okay, ähm, also soll es dann erstmal das Weiße werden? Mhm. Gut. Dann holen wir uns jetzt einen Andalusia und zwar einen auf Level 1, wie immer. Er hat plus 3 Stärke, plus 2 Disziplin, plus 0 Geschwindigkeit, plus 0 Ausdauer und plus 2 Agilität. Wird mit dem Anfängerhufeisen geliefert. Man muss Level 5 sein, um sich einen Andalusia kaufen zu können. Und diese Tiere kosten 950 Star Coins, weil sie einen speziellen spanischen Schritt können. Das sind Buchabreise. Buchabreise, ja. Die neueren Pferde sind auch alle so toll. Du hast einen Namen? Ja, Sporty Spot. Sporty Spot. Ja. Das klingt lustig. Und Sport, weil wegen den Punkten am Hintern. Hört sich fast an wie Sporty Fall. Sporty Fall. Sporty Spot. Ja. Was halten denn die anderen von dem Namen Sporty Spot? Aber irgendwas mit Spot muss es sein. Silver Spot. Oh, warte mal. Da muss ich erstmal gucken, ob ich Silver Spot nicht schon habe. Soll ich für dich nachgucken? Nee, ich hab... Buch. Magic, Prince, Queen, Dream, Flame, Fighter, King, Ghost, Soul, Pearl, Jumper, Beam, Belle, Beauty, Blaze, Hope, Ice, Boy, Tornado, Lion, Diamond, Knight, Song, Champion, Girl, Hunter, Rain. Mystery, Kiss, Hoof, Heart, Ruby, River, Torch, Master, Madness, Dreamer, Rebel, Joy, Walker, Sister, Cloud, Chaser, Love, Flyer, Stone, Smash, Cross, Spirit, Shout, Rabbit, Tear. Irgendwo hatte ich noch was mit Silber stehen, das weiß ich. Kann sich noch um Stunden handeln. Einen Moment. Pumpkin. 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 Habe ich noch? Ne, ich glaube ich hab Silver Spot noch nicht. Ich sehe kein... War es bei mir? Wow, das ist Wahnsinn. Ah, danke für die Info. Ich habe jetzt auch auf Anhieb keinen im Buch gefunden. Also wir einigen uns auf jeden Fall schon mal auf Spot, richtig? Ich habe gerade gedacht, neben mir steht jemand. Da. Wir sind hier nicht so in der Dämmel. Brightspot, Bright... Bright Pie. Bright Pie? Okay. Ja. Ich weiß nicht. Irgendwie haut mich davon noch kein Name so richtig um. Der muss so, bam, in your face. So muss ein Name sein. Ich sehe das schon kommen. Ich werde so lange nach einem Namen suchen, dass ich das wahrscheinlich vorspulen muss. Pass mal auf. Hast du schon Blindspot? Blindspot? Tatsächlich sogar... Naja, blind, weil das Pferd kann ja die Punkte am Hintern nicht sehen. Das ist sogar eine sehr gute Erklärung. Warum? Deswegen ist es der tote Winkel vom Pferd. Und das ist ja Blindspot. Kannst du nochmal deinen Schweif... Ach so. Das ist so dunkel unterm Bauch. Es hat aber da noch ein paar mehr Punkte. Echt? So an der Seite. Wenn man vor das Bein geht, an der Seite hat es da auch noch so ein paar Punkte. Nein, die existieren nicht. Die sind auch alle im Blindspot. Blindspot finde ich gar nicht mal so schlecht. Was sagen die anderen dazu? Immer schön den Chat beobachten. Da sind Claire und Marie, die noch... Immer schön ja streben. Gut. Und... Hör auf, in Hashtags zu schreiben. Ja, ich will. Okay. Ein Blindspot. Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Und ich würde mir jetzt so einen Hintern beißen, wenn ich jetzt ein Pferd gekauft habe, was ich schon habe. Aber ich hoffe nicht. Dein neues Pferd wird zu deinem Heimatstall gebracht. Du kannst es in deinem Stall finden. So. Ich würde dann tatsächlich sagen, ich hole Blindspot jetzt mal eben ab. Fahre eben zum Heimatstall. Hohle Sattel um. Also Sattel von Rockstall auf Blindspot um. Und wir treffen uns dann da hinten auf der Koppel wieder. Was haltet ihr davon? Mhm. Da hinten auf der Silverglatt Koppel. Wo ist die? Wenn du zum Reiterena reitest, da hast du ja irgendwann bei dem Weg, geht ja so einen Weg runter, wo du dann ja nach oben auf diesen Reiterplatz da... Ach, da, wo man das dann... Genau. Eigentlich bin ich so bei weißen Pferden, bin ich da mehr so ein Fan von, die irgendwas mit Winter oder Arctic oder Snow oder so zu nennen. Aber das mit Blindspot fand ich jetzt auch nicht schlecht. Weil es einfach gut erklärt war. Mhm. So, dann tut es mir leid, liebe Blaze. Du musst einmal den Platz räumen. Und bei Baby Mountain muss ich auch mal kurz was räumen. Denn ich muss mal eben gerade kurz was gucken. Ich muss mal gerade einen Vergleich ziehen. Da sind die Mustangs. Die sind jetzt einfach mal Wolf Girl. Nee. In Stars sehen die tatsächlich genau gleich aus. Ich habe nämlich gerade ein bisschen auf der Datenbank rumgeguckt und habe geguckt, was für Pferde ich noch so brauche. Welche Fellfarben und mir ist dann aufgefallen, dass auf dem Bild der Mustangs, die aus der App kommen, dass die Schnauze von den Mustangs aus der App anders aussehen als die im Spiel. Und das habe ich mir jetzt mal angeguckt. Ich habe jetzt einen aus der App mit einem aus dem Spiel verglichen und die haben aber beide dieselbe Schnauze. Hm. Ja, gut. Hier gibt es eine Koppel. Ja, gibt es. So, du bleibst jetzt erstmal noch da stehen, Wolf Girl. Denn du musst es wahrscheinlich auch noch später räumen, aber noch nicht jetzt. Wo habe ich denn... Ach, die Analyser sind ja ganz vorne, ne? Ich muss mal gerade... Nee, ich muss mal gerade die Chat nochmal kurz zumachen. Hm... Ja, tatsächlich habe ich sie noch nicht. Ich habe den alten, weißen Analyser, aber sie habe ich noch nicht. Ist es denn ein Stütchen oder ist es ein Hengst? Blindspot. Ein Hengst. Hm, der Blindspot. Ja, gut. Das habe ich gesehen. Eindeutig. Ja, genau. Stutenkerl. Stutenkerl? Ja. Ein Stutenkerl. Geht's dir gut? Braust du Hilfe? Soll ich einen Arzt konsultieren oder so? Ich habe das nur vorgelesen. Das hat Kai geschrieben. Stutenkerl. Achso. Brauchst du einen Arzt? Kai? Tatsächlich muss ich sogar vorher noch, ähm, woanders hin. Ja, ich nehme gerade tatsächlich immer noch auf, ja. Brauche ich eine Mauer an dein Gesicht. Du kriegst keine Mauer an deinem Gesicht. Habe ich dem die Socken nicht ausgezogen? Oh mein Gott, du nennst das auch Socken. Ja, das ist automatisch, weil du das immer Socken nennst. Tatsächlich, ich habe ja Köln die Socken nicht ausgezogen. Ja, gern geschehen. Die Gamaschen. Ich brauche eine Mauer in meinem Gesicht. Das kriegen wir hin, gar kein Problem. Ich kann dir auch ins Gesicht treten mit meinem Pferd. Was geht noch? So. Ne, mein Pferd macht das gar nicht. Es gibt irgendwie eine Pferdeart zu trittvoll. Ja, die Mustangs können das. Ich meine, die Gamaschen auch, oder? Die Gamaschen können das nicht, nein. Dafür kann ich da. Das sieht man nicht auf der Kamera, aber die anderen beiden will ins. Wie ich hier so langsam ziehe. Da ist die liebe Blindspot. Der liebe Blindspot ist das ein Hengse. Sie haben uns einen auf einen. Er ist ein Stutenkerl. Ich überlege gerade, habe ich ein Muster? Ich weiß es nicht. Hast du einen? Ich weiß es gar nicht. Du hast keinen Friesen, das weiß ich. Ja, ich werde auch nie einen Friesen besitzen. Aber ich besitze ein friesisches Modell. Nämlich den alten Andalusier, ne? Ja, du hast einen alten Andalusier. Ja. Ähm, wo kann ich denn alles suchen? Ich glaube, ich brauche ein Muster. Ich komme mal da hin. Denn ich muss ja noch einmal die Frisur ändern gehen. Denn ich liebe bei den neuen Andalusiern ja diese Flechtfrisur. Und ich wünsche mir, dass sie sie für alle anderen Pferde auch einführen. Weil sie einfach wunderbar schön ist. Es recken voll viele, die so ein Andalusier ist. Finde ich mal krass. Ich kreide auch ein, oder? Du arbeitest ein Andalusier-Modell, ja. Das stimmt. Oh. Sie ist so wunderschön! Ich flippe aus. Eine Musikrichtung mit drei Buchstaben. Pop. Rap. Rap oder Pop? Also Pop. Fox Pop. Fox? Was? Er hat einen Vorschlag. Er hat einen Vorschlag für den Fuchs. Oh. Er hat einen Vox-Rot. Das macht Sinn. Ach so. Okay. Wow. Eine viel wichtigere Frage ist, soll ich noch was essen? Wie was essen? Ich habe irgendwie noch ein bisschen Hoff. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mache ich hier? Alles klar. Pferd hat mal 20 Minuten. Und das Pferd wird direkt getötet. Du sollst eigentlich nicht töten. Tada! Hier bin ich. Das ist Blindspot. Sehr schick. Ja, ne? Ich will auch diese Frisur. Ich habe das versucht. Aber bei dem Pferd kann man das nicht. Nee, bei dem Fonzie geht das nicht. Da musst du dir einen echten Andalusia anschaffen. Mein Pferd ist echt. Ja, ein echtes Fonzie. Es riecht nicht. Ich kann nicht riechen. Nein, dein Pferd riecht nicht. Weil es sich vor den Wildtieren des Waldes schützt. Okay. Okay. Ich zeige euch dann jetzt mal eben kurz die Gangarten des Pferdes. Das ist der Schritt vom Andalusia. Hier haben wir den Trab. Tatsächlich bin ich am überlegen, ob ich die nicht einfach vordrehen soll. Und ob ich die da nicht einfach dann einschiebe, wenn die Abstimmung gelaufen ist. Also, dass die Leute das noch nicht rausgekriegt haben, dass ich mir schon alle Pferde geholt habe. Und sie einfach in dem Glauben lassen, dass sie trotzdem noch weiter abstimmen. Dass sie dann einfach nur für den Pferdekauf abstimmen, der als nächstes kommt. Ja, mach das. Das ist eigentlich eine gute Idee. Dann bringe ich die nicht alle gleichzeitig raus. Ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht auf der Aufnahme drauf ist. Doch, ist es. Vielleicht solltest du das dann als letztes veröffentlichen. Merkt keiner. Ich mache da einfach ein langgezogenes Pferdevian drüber. Passt schon. Das ist übrigens der Mittelgalopp. Hier haben wir den langsamen Jagdgalopp. Und viel Spaß beim was? Beim Rausschneiden. Rausschneiden, achso, ja. Ja, danke. Und der schnelle Jagdgalopp. Und hier dann noch einmal das Bremsen. Das Steigen. Rückwärts richten. Das ist immer noch so süß wie die Andalusier, wenn die mit den Öhrchen wackeln, wenn sie rückwärts gehen. Guck dir das mal an, wie cool das ist. Guck es dir an. Das ist so cool. Fällt es eigentlich auf, wenn ich bei jedem Pferdekauf das gleiche Outfit trage? Naja, ich trage seit über einem Jahr das gleiche Outfit, also... Ja, vielleicht sollte ich nach fünf Pferden vielleicht mal das Outfit wechseln. Ist das eine Idee? Okay. Ihr zählt mit? Zählt ihr mit? Ja, gut. Was? Bei welchem Outfit? Bei welchem Pferd? Nach fünf Pferden, die ich gekauft habe, wechsle ich einmal das Outfit. Ja, ich trage voll für dich mit bei Pferden 16, wenn ich dir wechsle meine Outfit. Achso, ich gucke mal, ob ich euch vielleicht das Vorführen noch zeigen kann. Das ging ja bei den letzten Pferdekäufen nicht so gut von den Tinkern, aber es geht wieder. Guck mal, es geht wieder. Ich habe was im Auge. Es sieht wunderschön aus. Was ist das Auge? Ah. Okay. Tatsächlich. Okay, das muss ich dann immer anders machen. Da muss ich mich aber dann selber dran erinnern. Mache ich dann anders. Okay. Okay, dann würde ich mir sagen, kommt mal bitte alle in eine Reihe. Reit euch ein. Bitte. Stell den Stande. Und marschieren. Wir marschieren einmal. Okay, alles klar. Dann würde ich einfach... Okay, ja. Streiche einfach dein Pferd und... Ja, klar. Alles klar. Okay. Dann würde ich einfach mal sagen, wenn Kai seine Position eingenommen hat... Dankeschön. dass es mit diesem Video auch schon war. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ach ja, und bevor ich es vergesse. Community knuddeln in 3, 2, 1. Greetings. buildings. Ich... Ich hoffe, das war nämlich im Inneren Innenzin.